Yay! So, hallo und herzlich willkommen zurück. Und ja, hi an den Chat. Boom. Ne, ähm, mal sehen, wie jetzt diesmal die Aufnahmenqually wird. Ich hoffe, scheiße. Nein, natürlich hoffen wir alle, dass es gut wird. Wir spielen heute mal wirklich im Livestream, weil wir gerade schon wieder seit zwei Stunden, na gut, eine Stunde, hier Ehen rumfasteln. Und wir wollen questen. Ah, Füchsen Ari, ah, das spiel ja überhaupt kein League of Legends. Was ist hier los? Oh, ich hab Asphar. Eins. Yay! Wir haben wieder fast ein Level ab. So, wir haben einen Haufen Quest und ich habe mir keine anzeigen lassen. Oh. So. Ja. Dann gehen wir mal ein bisschen questen. Warum nicht? Der Baum hat zwar keine Blätter gerade, aber... Wem interessiert's? Was ist hier? Tai-Chi-Übungen? Musst du dich entspannen, mein Freund? War dein Tag stressig? Weiß. Es ist Montag. Musst du dich entspannen? Du das. Okay. Wie sind alle Gaffen? Alle sind von einer selben Legion, alles klar. Das erklärt vieles. Oder auch nicht. Wir müssen Blümchen sammeln, Öl sammeln, Federn sammeln, Korn sammeln. Was müssen wir echt nicht sammeln? Oh. Moment. Ich habe noch die Kampfmusik an. Weil uns langweilig war. Die kann man aus und an machen. Ich mache sie persönlich immer aus, weil mich nervt sie nach einer Weile. Wenn du jedes Mal dein Dolch oder dein Messer zückst, geht sofort... Los und du denkst dir nur so, du möchtest gerade die coole Musik im Wald genießen. Und dann so... Nee, das... Nee. Gib mir dein Öl. Ich möchte damit braten. Ob es schmeckt, weiß ich nicht. Na komm. Klopp. Mir wurde natürlich alles geklaut. Au. Ja. Zum Glück sind die als Gruppe unterwegs. Da bleibt mir wenigstens noch irgendetwas. So. So. Algo sind drei, aber wir haben nur zwei. Danach ist alles vorbei. Ist der Anführer? Wollen wir den Anführer einfach mal töten? Ach, lasst uns einfach den Anführer töten. Hopp. Wow. War der stark. Da hat gerade voll der epische Bossfight im Mini-Format aufgefallen. Da ist einer. Eine. Klopp. Ich finde es cool, dass die so schnell respawnen. Das war eine Zeit lang nicht so. Das war lustig. Wo wir noch ewig warten mussten auf respawnende Säcke. Trieb voll falsch. Und beiß dich. Schlaf gut. Ey. Der Baum hat Blätter. Kann zaubern. Magic Fingers. Und so. Kaum her. Mein Kleiner. Ja, Assassine kriege ich, glaube ich, langsam auf die Ketten. Auf die Reihe meine ich natürlich. Mit nur drei Fähigkeiten. Überhaupt nicht anstrengend. Driftrollen nehmen wir mit. Mal sehen, was drin steht. Klopp. Oh, neue Fähigkeiten. Wird ja immer Zeit. Och, nee. Verstecken. Verstecken ist gut. Gegeneingriff ist eine bedingte Fähigkeit. Okay. Jetzt können wir uns verstecken. Was hilft uns das jetzt im Kampf? Ich habe immer noch nur... Na gut, vier Fähigkeiten jetzt mittlerweile. Oh Gott, wir werden so sterben. Wir werden so sterben. Oh, wir können in Zweihand kämpfen? Mitnehmen. Das haben die neu gemacht. Das ging vorher nicht. Bis bald, Sticks. Bulli, was willst du mit Blümchen? Es ist immer ein dunkler Tag. Ach ja, ähm... Die Story von Bulli ist... Bulli ist in Negi verliebt. Wir bringen jetzt Blümchen zu Negi, weil er sich traut. Bei dem Blümchen ist ein Ring, weil er sich mit er... Er möchte mit ihr heiraten. Er möchte mit ihr heiraten. Das Deutsch ist OP, ey. Und sie lehnt aber dankend ab. Ich hoffe, ihr fühlt euch heute stark. Und jetzt gestehe ich ihm, dass sie ihn nicht will, denn er ist doof. So ungefähr. Müß man sich das vorstellen. Aber wir sammeln erstmal noch ein bisschen Aspha. Warum nicht? Wir sind cool. Komm. Bringt uns EP und wir sammeln... Kriegen Sammelpunkte. Ich werde es jetzt schon sehen. Irgendwann werde ich ein Jahr lang nur meine ganzen Charaktere sammeln schicken. Es wird so toll. Ah, hier wird gezogen. Ach, du ziehst ihn. Ey, ey, hallo. Du bist Assassine. Oh, es ist mir gar nicht aufgefallen. Senpai. Ich möchte gerne teach me und so. Du bist scheiße. Sieh an. Du hast nur ein Schwert. Ich habe zwei Deutsche. Au. Das ist gemein. Das ist... Hier ist schon wieder Beef im Chat, ne? Ne, aber das ist kein Wunder, dass du nur allein in deiner Legion mit sieben Chars bist. Ja, bin ich auch. Nee, hier ist beleidigend. Du beleidigst mich. Es sind aber nicht nur sieben Chars. Bei mir sind es ein paar mehr. Und die Chars meiner Freundin von der Schule sind auch noch da. Und noch ein paar bei Nims. Ja, sprech doch. Und nächste Aufnahme lade ich diesen Char auf jeden Fall in die Legion an. Geht nur gerade schlecht im Stream. Oh, das ist mir sein Pein. Aber sowas von. Arion hat euch zu mir geführt. Arion führt uns alle. Ihr könnt mir vertrauen. Ich hoffe doch. Oh, wir leveln aber auch übelst schnell. Ich finde, wir leveln übelst schnell. Ist es wieder Event? Oh, ja, ist wieder Event. Oh. Das heißt, ja, die ganze Woche und Wochenende wird wieder nur gezockt. Da wird ich wieder nur zocken. Nein. Stand über mein Haupt. Ander. Da werden wieder drei Games gleichzeitig gezockt und gezeichnet. Lol. Einmal darf das funktionieren. Danach nie wieder. Mit dem One-Hitten. Bislang ein Cooldown. Gegenangriff. Lohnt nicht. Doch, hat gelohnt. Irgendwie. Noch vier. Ich hoffe, die sind hier. Ich hoffe, die sind hier. Ich hoffe, die sind hier auch wieder. Kade. Ich dachte. Und der nächste. Yay. Stimmt. Kartoffel. Oder Samendieb. Oder. Keine Ahnung. Ich rede aber von Blumensamen. Ne. Damit wir das schon mal geklärt hätten. Auf wirklich andere Kommentare. Anderer Art kann ich verzichten. Ähm. Stimmt. Gegenangriff. Ich hab grad statt Boroma Boomer gelesen. Ey. Ohne Witz. Ich hatte immer einen Hund. Der hieß Boomer. Oh. Also ich denk mal Level 6 schaffen wir auf jeden Fall noch. Wieso sehen wir eigentlich so scheiße? Wer hat die Charakteredition übernommen? Ups. Da ist ja schon Stufe 6. Ähm. Verdammt. War gar nicht geplant. Schuhe. Ey, wir haben Schuhe. Boots. Wir haben Schuhe. Wir sind klein und nervig. Und decken fest. Und wieso müssen wir jetzt... Wieso laufe ich ans andere Ende der Welt? Kann man... Kann man da hinfliegen? Wo stand die Teleportstatue? Der steht aber kein... Was? Die Karte trollt mich, glaube ich. Ähm. Ich würd mich ja durch alles durchsneaken und ein bisschen schleichen. Aber das hilft mir nicht beim Level up. Das wär so cool. Ach. Ich schneek mich durch das Game. Ich schleich mich durch jede Instanz. Ich lass mich nur ziehen. Ah. Das wär's. Wenn du das machen könntest. Das wär OP, ey. Könntest du bei Sword Art Online machen oder so. Wenn du... Wenn du da so voll... Voll geskillt bist. Und so einen Tarnkappenumhang hast. Dann tust du einfach nur alle... Alle anderen sterben lassen. Und du bist dein letzter Survivor. Das wär... Das wär voll fies. Ah. Ich möchte das Wetter gerade draußen haben. Das wär so cool. Draußen ist es kalt. Und eisig. Aber in solche Gebiete kommen wir leider auch noch. Was wünschst du dir? Ähm. Insekten töten? Obwohl nein, 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 nein. Äh. Nee. Ich bin gegen Insekten. Nee. Ich bin beschäftigt. Würde ich gerne drücken. Aber... Nee. Wir müssen. Hilfen. Wenn ist das Schicksal erlaubt? Das Schicksal erlaubt mir alles. Und du mit einer tiefen Stimme. Tief im Wald in einer Holzhütte lebt eine alte Wahrsagerin. Man sagt, dass ihre Besucher manchmal nicht wiederkehren. Nee. Okay, wir gehen mal zu Fernandes. Äh. Nee. Fernandes. Oh, sorry. Seid gegrüßt. Äh. Warum hast du so eine komische Stimme? Seid gegrüßt. Warum heult der? So lese ich... Ach so. Da hat er seinen Ehering verloren. Ha. Du Opfer. Ah nee. Sein Verlobungsring. Hallo Larissa. Ähm. Oder auch nicht. Kenn ich nicht. Ähm. Hallo. Stirb. Nö. Bleib mal schön stehen da, ne. Das ist mein Mob. Nicht einer. Es wird sich jetzt am Anfang nur ums Töten handeln. Drehen. Und so. Wir töten. Tag ein, Tag aus. Wir töten. Huch. Ihr seid zu weit vom Ziel entfernt. Ich werde mich ein paar Mal verklicken. Es tut mir leid. Oder auch nicht. Überlege ich mir noch. Der EP kriegen für Sneaken wäre halt so geil, ne. Das wäre zu cool. Und ich habe gerade keine Skills für die. Ups. Ne, komm. Greif an. Blup. Oh. Eigentlich ist er voll süß. Mann. Das ging schnell. Wer hat gesagt, der hat... Wieso? Wieso? Was? Wieso? Ähm. Ich muss mir noch irgendwas einfallen lassen für den Twitch-Chat. Weil wir dieses Töten irgendwie voll feiern. Und ich weiß nicht warum. Wir suchen nach der Tochter Uygo und Srea. Ne, nicht der Reha-Sport, sondern der Name Reha. Ähm. Wir müssen Monster töten. Pawan-Guy. Okay. Okay. Das will jetzt fies. Die Dinger sind scheiße. Äh, nein. Du bist kein Dinger. Du bist ein Lebewesen. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Nee, bitte. Nee. Oh, die sind hart. Das ist einer von sieben. Halleluja. Das kann ja manchmal was werden. Lala, 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 ringe, ringe, reihe. Und ich hab's verkackt. Arme Schäfchen. Ich geh mal weiter bis hier hinten lang. Ich glaub, wenn ich von hinten eingreife, mach ich mir Schaden. Kann's aber nicht genau sagen. Das war von der Seite. Es tut mir leid. Was das gezählt hat. Kettenhemden kann ich nicht tragen. So schwer für mich. Deines armes Ding. Oh Gott. Ich lese schon wieder Vorschläge im Chat. Das kann ja heiter werden. Warum ist es hier so nach Knoblauch? Was ist hier los? Ich sag mal, was brauchen wir alles nicht? Brauchen wir alles nicht? Warum sind wir gleich wieder Level ab? Was ist hier los? Warum sind wir so schnell? War ohne Witz. Bei Terra oder so hab ich voll lange gebraucht zum Minderwillen. Da war ich nicht in 20 Minuten. Schon wieder fast Stifte 10. Und hab meine Flügel bekommen. Das ist ja immer voll OP. Yay! Wir haben es geschafft. Wo waren wir? Aber wir müssen wieder nach hinten. Ups. Oh Gott. Ich mag die Musik. Die erinnert so an Avatar. Herde Elemente. Wenn die auch so durch Barstink Sail und so gegangen sind. Wenn dann hier dieses Sumpfgebiet. Daran erinnert mich das. Hat irgendwie so diesen Flair. Das weiß ich nicht so, ob das gerecht ist, du Hexe. Ein Sporenbeutel. Wir reden aber bitte wirklich von Pilzen. Ich hoffe nicht von irgendwelchen anderen Kreaturen mit Pilzen. Oh nein. Wenn dir das Lied einfach ansteht in Discord. Okay, okay. Mach ich. Mach ich dann nach all dem. Ich bin voll süß. Ja. Ja. Ui. Oh Mann. Oh. Wir müssen uns solche Verwandlungsbonbons mal irgendwann holen. Damit haben wir bestimmt auch sehr viel Spaß. Oh. Oh. Prophezeiung. Sexy. Falsche Richtung. Oh. Lady Lu. Lieber Suni. Ja. Alles klar. Hagen. Mensch. Fleischsalat Hagen. Das ist ein Insider. Die im Stream müssen von mit mir reden. Den hatten wir heute schon mal. Stimmt. Hier waren wir heute schon mal. Oh Gott. Das ist so herrlich. Willkommen im Krieg. Mit schöner Musik. Oder so. Eigentlich kann es ja voll schön aussehen. So mit der Musik. Ohne diese ganzen komischen Kampfgeräusche. Yay. Wir haben Flügel. Wir können fliegen. Jetzt nicht mehr. Kacke. Und irgendeiner will Kekse im Chat. Ich möchte auch welche. Gib ab. Ja. Wer dann die? Mach mal. Wir werden sie retten. Wieder ein Ribbit. Na das niedliche natürlich. Natürlich. Reha ist da niedlich. Ich bin sogar kleiner wie du. Und ich bin älter. Groß. Ja. Ich bin sehr groß. Ich habe den ganzen geistigen Reichtum, den du nicht hast. Ich bin dumm. Ich muss auch Silfen töten. Wieso vergesse ich das die ganze Zeit? Sind noch ein paar. Fünf. Oh. Ein bisschen mehr als ein paar. Na ja. Mach mal hin. Das kam gerade wie gerufen. Also wie bestellt quasi. Und schaut halt, ne? Ich hoffe, ihr seht noch welche. Ich möchte nicht dann nochmal 50 Mal ums Eck laufen. Mit der Kirche ums Dorf und so. Wenn ihr wisst, was ich meine. Komm mal her. Wenn ich mal schon still bin, lese ich einfach aufmerksam in den Twitch-Chat. Es tut mir so leid. Um solche Uhrzeiten darf man Brainavcar sein. Wir schreiben es. 21.38 Uhr. Das ist ein viel zu langes Stream. Überstanden. Yay. Egal. Was macht man hier alles? Um Spaß zu haben. So, jetzt sind wir mal fertig. Jetzt gehen wir ab. Ich sage immer, es ist mit dem Dobby. Er sieht nämlich auch fast so aus. Aber die Stimme passt halt so null. Ey, wir haben gleich wieder ein Level ab. Was wünscht ihr? Ja, GZ, ne? Wir haben endlich... Ah, ne, haben wir nicht. Mann. Ich meine, wir haben eine Kettenfähigkeit bekommen. Ich möchte mehr richtige Fähigkeiten. Was ist denn das für ein Trollscheiß? Hier ist übrigens die Teleport-Statur. Jugendlicher Deva. Ja. Diese Föhnenfrisuren gibt es auch heute noch. Welches Jahr schreibt man eigentlich? Ähm. 187. Okay. Was? Koluktatia. Ja, also Koluktatia. Aber nur heute. Oh Gott, oh Gott. Krass die Überlege. Ja, sowas dann. So, aber die anderen Quests machen wir dann wieder weiter, würde ich sagen, oder? Ja, weil wir kommen dann in ein neues Gebiet. Also wir gehen noch ins neue Gebiet und dann machen wir nächste Folge dann weiter. Ich werde mir das irgendwie so zusammenbasteln. Mal wieder. Was wünscht ihr? Was wünscht ihr? Haritz. Vier. Nein, natürlich nicht. Das wünsche ich keinem. Wünsche ich keinem. Wir gehen einfach mal zur Kreuzung. Mal sehen, wer da so wohnt. Irgendwas Keks. Ich möchte auch Kekse haben. Welche Richtung? Die richtige. Ich hoffe, man sieht sich mal wieder. Nee. Ähm. Harz, der will Kekse. Ich will auch Kekse. Gemeinheit. Ich will Kekse. So, ähm. Wir haben jetzt die Lucky Dice, die glücklichen Würfel. Äh, nee. Glückswürfel natürlich. Die glücklichen Würfel. Ähm. Das ist ein kleines Event, was jetzt zu Weihnachten reinkam. Ich muss erst schauen, ob ich dann, wenn wir dann Stufe 10 sind, mal einfach so ein kleines Weihnachtsmäschel mache. Und wir hängen dann einfach mal eine ganze Folge lang in der Hauptstadt rum. Oder, ähm. Ab Stufe 20. Da müssen wir Stufe 20 noch schaffen vor Weihnachten. Ähm. Housing. Bereich quasi. Wo du die ganzen Häuser und Apartments kaufen kannst. Da läuft nämlich wunderbare Weihnachtsmusik. Und da kannst du die jetzt stundenlang aufhalten. Können wir auch mal machen. Ist bestimmt lustig. So, dann gebe ich hier aber noch die Quests ab. Binde mich hier mal noch. Weil ich klug bin. Und lass mich segnen. Weil ich so schön bin. Bin so schlau. Nee, nur, dass du mich segnest. Ich hoffe, das Schicksal findet euch bei Kräften. So, ich gebe jetzt eine Quest ab. Ich nehme mir jetzt noch nichts an bei Möglichkeit. Ajantra ist auch ein schöner Name. Ich hoffe, ihr bringt gute Neuigkeiten. Nö. Nee, machen wir alles dann bei der nächsten Folge. Das ist, das ist sau viel. Ihr habt schon gesehen, die eine hat fünf Quests. Der nächste hat auch fünf Quests. Die da hinten hat auch noch drei, vier Quests. Das machen wir dann, wenn wir soweit sind. Würde ich sagen. So, ich beende mal die Aufnahme. Oder so. Also, ich beende mal die Aufnahme.